Musik Sag mir, was ist geschehen? Was ist bloß los mit unserer Welt? Wann werden wir verstehen? Es geht um uns und das ist was zählt. Keine Angst, es ist niemals zu spät, solange die Hoffnung in uns weiterlebt. Wir warten nur auf den Augenblick, wir sind bereit, es gibt kein Zurück. Dann werden wir frei sein, denn es wird bald vorbei sein, frei wie der Wind. Wir werden gewinnen, das Böse bezwingen, es wird alles wie es mal war. Oh, und wir werden frei sein, denn es wird bald vorbei sein, kein Weg wird so weit sein, wohin er auch führt. Egal wie viel Stunden und Tage vergehen, wir sind dann frei wie der Wind. Egal wie viel Stunden und Tage vergehen, wir sind dann frei wie der Wind.